Bisher haben wir uns mit dem Thema Aufrichtigkeit beschäftigt. Wie kann ich den anderen ehrlich mitteilen, woran ich mich reibe, ohne ihn zu kritisieren, ohne ihn einen Vorwurf zu machen, ohne ihn anzugreifen? Zu einem sinnvollen Gespräch gehört natürlich auch, dass ich bereit bin, meine Aufmerksamkeit auf den anderen zu richten und versuche zu verstehen und zu erfassen, wo drückt den anderen Schuh, was braucht denn der andere? Das ist die Kunst des Zuhörens. Beim Zuhören in der gewaltfreien Kommunikation unterscheiden wir vier Arten, wie wir etwas aufnehmen, wie wir etwas verstehen können. Die Wurzel dieser vier unterschiedlichen Arten liegt darin, dass es einen Unterschied gibt, den wir schon einmal früher betrachtet haben. Ich kann meine Aufmerksamkeit einmal darauf richten, was habe ich an moralistischen Urteilen und Bewertungen. Diese Urteile und Bewertungen kann ich für den anderen haben, aber natürlich auch über mich selbst. Die zweite Art, meine Aufmerksamkeit auszurichten, indem ich meine Aufmerksamkeit auf Werte, Bedürfnisse, Anliegen richte. Und auch hier gibt es natürlich den Unterschied, einmal zu erfassen, was sind die Werte und Bedürfnisse meines Gegenübers und was sind meine eigenen Werte und Bedürfnisse. Daraus ergeben sich vier Arten, wie wir etwas hören können. Und diese vier unterschiedlichen Arten schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Wenn wir anderen mit Schuldohren außen hören, dann bedeutet das, unsere Aufmerksamkeit ist darauf gerichtet, mit dem anderen stimmt etwas nicht. Jetzt denke ich, mit dem ist was verkehrt, der sollte anders sein, als er ist. Woher ich das weiß? Sonst würde er doch sowas nicht sagen oder tun. Alles, was der andere tut oder sagt, ist für mich jetzt der Beleg, der Beweis dafür, dass mit dem irgendwas verkehrt ist. Und der sollte sich ändern. Die Folge davon ist, dass ich als emotionale Reaktion in der Regel Ärger auf diesen Menschen entwickle. Auf meiner Verhaltensebene bedeutet das in der Regel Gegenangriff. Du bist so ein Egoist. Schmarrn, hey, von wegen ich Egoist. Du bist so zu feige, dich für deine eigenen Anliegen einzusetzen. Und da kneifst du immer. Und deshalb bist du neidisch, weil ich das kann. Das ist doch das Problem. In diesem Fall denke ich also, der andere ist schuld und er sollte sich ändern. Wenn ich mit Schuldohren innen höre, dann bedeutet das, dass meine Aufmerksamkeit ebenfalls auf moralistischen Urteilen und Bewertungen liegt. Diesmal allerdings nicht über den anderen, sondern über mich selbst. Jetzt denke ich, mit mir ist was verkehrt. Ich soll da anders sein, als ich bin. Woher ich das weiß? Sonst würde doch der andere sowas nicht sagen oder tun. Alles, was der andere tut oder sagt, ist für mich jetzt der Beleg dafür, mit mir ist etwas verkehrt. Ich soll da anders sein, als ich bin. Meine emotionale Reaktion, wenn ich so denke, ist, ich fühle mich schuldig, ich schäme mich, bekomme ein schlechtes Gewissen oder ich fange an, mich deprimiert zu fühlen. Auf der Ebene meines Verhaltens bedeutet das meist, dass ich jetzt anfange, Gründe anzuführen, warum alles kam, wie es kam, mich zu entschuldigen, mich zu rechtfertigen, alles zu erklären. Du bist so ein Egoist. Oh, echt? Habe ich mich wahrscheinlich zu weit aus dem Fenster gelehnt, gell? Oh Mann, hey, das passiert mir immer wieder. Ich weiß, du hast vollkommen recht, das war sehr selbstsüchtig von mir. Aber wahrscheinlich habe ich das von meinem Vater, der war auch so. Ah, ich weiß das, keine Entschuldigung. Aber weißt du, ich habe heute einen wahnsinnig schweren Tag gehabt, das wird es sein. Hier gebe ich also dem anderen prinzipiell recht. Ich glaube, mit mir ist was verkehrt und deshalb führt es zu Erklärung, Erläuterung, wie alles so kam. Wendet man uns der dritten Art zu, wie wir etwas hören können, das ist mit Verständnisohren außen. Hier ist meine Aufmerksamkeit auf Werten, Bedürfnissen, Anliegen. Und bei Verständnisohren außen geht es um die Bedürfnisse, die Anliegen meines Gegenüber. Hier denke ich darüber nach, was fühlt und braucht der andere. Wenn ich mit diesen Ohren zuhöre, dann ist meine ganze Aufmerksamkeit darauf gerichtet, was geht in den Menschen gerade vor sich, was ist wohl sein Anliegen und ich möchte das verstehen. Und zwar unabhängig davon, wie er sich ausdrückt, ist das mein Fokus und das Einzige, was mich interessiert. Wenn ich mit diesen Ohren zuhöre, dann ist meine emotionale Reaktion in der Regel mitfühlendes Verständnis für den anderen. Achtung, verwechseln Sie das nicht mit ich bin mit irgendetwas einverstanden. Einverstanden sein richtet sich auf das, was der andere Mensch tut oder sagt, also auf das Verhalten. Mitfühlendes Verständnis richtet sich darauf, was geht im Herzen dieses Menschen vor sich und was ist sein Anliegen. Entsprechend fällt die Reaktion aus. Du bist so ein Egoist. Und jetzt bist du ziemlich sauer. Weil dir ist wichtig, dass hier die Bedürfnisse von allen berücksichtigt werden. Ja klar, logisch. Mit den Vermutungen, die ich beim empathischen Zuhören ausspreche, kann ich natürlich richtig liegen. Aber wir Menschen raten menschlich und es sind Vermutungen. Das heißt, ich kann auch mal daneben liegen. Das ist auch nicht der entscheidende Punkt. Es geht nicht darum, dass wir Treffer landen, sondern es geht darum, dass wir eine Haltung einnehmen, wo uns interessiert, was bewegt den anderen gerade. Wenn der andere mir vertraut, dass ich ernsthaft interessiert bin, zu verstehen, wo ihn der Schuh drückt, wie es ihm geht, was er braucht, dann korrigiere er mich in diesem Fall. Dann bekomme ich mehr Informationen, die mir Hinweise geben, was ist wirklich das Bedürfnis, das Anliegen, was der andere gerade hat. Achten Sie darauf, wenn Sie Ihre empathischen Vermutungen aussprechen, dass die Vermutungen auch als solche gekennzeichnet sind. Entweder indem Sie die grammatikalische Form eines Fragesatzes wählen oder indem Sie mit der Satzmaladie am Schluss nach oben gehen, um deutlich zu machen, das ist keine Feststellung, das ist lediglich meine Vermutung. Und der andere kann mich korrigieren, sollte ich daneben getippt haben. Die vierte Art, wie ich etwas hören kann, nennen wir mit Verständnisohren innen hören. Auch hier liegt meine Aufmerksamkeit auf Werten und Bedürfnissen, allerdings jetzt auf meinen eigenen. Jetzt stelle ich mir innerlich die Frage, was fühle und was brauche ich selbst? Die Folge davon ist, dass ich ein mitfühlendes Verständnis für mich selbst entwickle. Das nennen wir auch Selbstempathie. Der Fokus liegt also bei mir innen und das ist in der Regel erst mal ein stiller innerer Prozess, wo ich mir Zeit nehme, in Kontakt damit zu kommen, wie geht es mir, was bewegt mich gerade. Du bist so ein Egoist. Wenn ich das höre, merke ich gerade, ich bin ziemlich betroffen. Weil ich hätte gern, dass man mir abnimmt, dass ich mich auch für die Anliegen anderer interessiere. Und außerdem bin ich enttäuscht, weil ich brauche Verständnis dafür, wie sehr mir das unter den Nägeln brennt. Und ich wünsche mir, das wird er verstanden als meine Art, mich leidenschaftlich für meine Anliegen stark zu machen. Mir Zeit zu nehmen, um mich selbst besser zu verstehen, ist sinnvoll, wenn ich dann nach dem anderen mitteilen möchte, was mich bewegt. Ich muss ja erst mal wissen, wie geht es mir und was brauche ich. Selbstempathie ist auch immer dann angesagt, wenn ich merke, dass meine Bereitschaft, meine Aufmerksamkeit auf den anderen zu richten, im Moment nicht da ist. Ein sicheres Zeichen dafür, dass ich selbstbedürftig bin, dass ich Verständnis brauche und Selbstempathie ist etwas, wie ich mir das selber geben kann. Mit Verständnis, so ein Außen zu hören, ist die Art des Zuhörens, die praktisch in Konfliktsituationen so gut wie überhaupt nicht praktizieren wird. Hier haben wir den größten Nachholbedarf und wenn wir hier dazu lernen, dann können wir einen wichtigen Beitrag leisten, dass die Verständigung, die Kommunikation besser klappt und die Kooperationsbereitschaft meines Gegenübers wächst.